Österreich ist ein direktes Nachbarland von Deutschland. Dort leben etwa 9 Millionen Menschen. Das Land ist weltweit beliebt als Urlaubsland, denn ein großer Teil der Alpen liegt in Österreich. Es ist also perfekt für Wanderer und Wintersportler. Und ja, es ist wirklich sehr schön. Ähnlich wie Deutschland ist Österreich in verschiedene Bundesländer eingeteilt. Die Hauptstadt ist Wien. Dort wird auch die Politik für ganz Österreich gemacht, vor allem im Nationalrat. Das ist das Parlament, ähnlich wie in Deutschland der Bundestag. Im Nationalrat stimmen 183 Politiker und Politikerinnen zum Beispiel über die Gesetze ab. Sie werden alle fünf Jahre neu gewählt. In den vergangenen Jahren gab es jede Menge Skandale in der österreichischen Politik. Und weil es so viel Streit und Chaos gab, hatte das Land seit der letzten Nationalratswahl vier verschiedene Bundeskanzler. Bei der Wahl jetzt gibt es eine ganze Reihe an Parteien, die gute Chancen auf Plätze im Nationalrat haben. Nicht alle meinen alles ernst. Die Bierpartei zum Beispiel möchte unter anderem einen Brunnen in Wien, aus dem Bier sprudelt. In den Umfragen vorne lag zuletzt die Partei FPÖ. Diese Partei hält zum Beispiel nicht sehr viel von der Europäischen Union und möchte unter anderem Menschen, die nicht aus Österreich kommen, zurück in ihre Heimatländer schicken. Jetzt bleibt es nicht verlässlich. Dann werden wir jetzt eineホähendehana und es scheint in diesem Unterschied zu sein. Das kann man dann noch einmal nacheeeSN300-500cm gestalten. Es wird eigentliche 에